Hallo ihr Lieben, Nilo hier. Herzlich Willkommen zu meinem Heat4Cout. Noch einmal, ich darf hier sein, mit euch trainieren und Spaß machen. So, wir fangen an mit dreimal tief atmen, die Arme heben, mit einatmen, senken, mit ausatmen. Ein und aus. Noch einmal, ein und aus. Sehr gut. Halt die Arme hoch und marschier. Oberkörper dehnen und strecken. Bring die Arme runter, marschier weiter, kreise deine Schuhe. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nach vorne. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und eins. Sehr gut. So, was brauchen wir heute? Matte, kleine Kurzhantel, falls du welche zu Hause hast. Ansonsten gar nichts. Wasser, Handtuch, dein eigener Körper, Motivation, gute Laune und das war's. Wir marschen weiter. Ein und ausatmen und geht los. Jumping Jacks. 30 Sekunden. Sehr schön. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Beine bleiben weit auseinander, leicht beugen und dreh deinen Oberkörper. Wir haben heute Rockmusik. Wir werden zusammen rocken. Achtet drauf, die Beine bewegen sich nicht. Nur dein Oberkörper. Bauchmuskeln angespannt. Vier, drei, zwei, eins. Bleib so. Noch tiefer. Juhu. Sehr gut. Gut. Vier, drei, zwei, eins. Die Sätze. Komm. Sehr schön. Und weiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Mit den Armen. Jetzt zweite Runde. Wuhu. 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 Wasch hier? Ein und ausatmen. Wuhu. Wund. 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 Weinoamer lengths. Wund. 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 Wunden. Beugeben. Perfect. Die Füße und Knie zusammen, Kniebeuge. 30 Sekunden. 5, 4, 2, 2, 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 2, 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 2, 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 3, 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 2, 1. 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 3, 2, 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 1, Knie weiter auseinander. 1, Knie weiter auseinander. 5, 4, 3, 2, 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 Knie weiter auseinander. 5, 4, 3, 2, Knie weiter auseinander. 5, 5, 5, 4, 0, 3, 2, Knie weiter auseinander. 5, 4, 3, 2, Knie weiter auseinander. 6, 4, 4, 3, 2, L дос, 5, 1, ber an lieber auseinander. Drei, zwei, eins. Juhu, Biceps. Die Ellen-Mogeln bleiben in deinem Körper fest. Vier, drei, zwei, eins. Gehen wir auf der Matte. Wir werden jetzt auf unserer Brustmuskulatur arbeiten. Mit Brustpresse. Die Hand über deinen Kopf. Gerade Hand. Zusammen. Die Ellen-Mogeln tief. Haltet drauf. Die Arme gehen zur Seite. Werde 90 Grad aussehen. Und weiter. Noch zehn Sekunden. Komm. Ich spüre alles auf meine Oberarme. Brustmuskulatur. Sehr gut. Sehr gut. Und geschafft. Perfect. Lass die Hand auf deinen Bauch. Beine angewinkeln. Wir machen Brücke. Hoch und Halt. Noch halten. 30 Sekunden. ENT Chen dolphins. 30 Sekunden. 환 الله halten. Gesehenraben. Gut. Alles spüren. Unsere Brücken hoch. Oberschenken. Rückseite. Alles spüren. motiv. Haupten. Alles spüren. unser Brücken hoch. Oberschenkel Rückseite. So, Rücken- und Brustpresse gleichzeitig zusammen. Komm. Fünf. Vier, zwei, zwei, eins. Sehr gut. Die Hand hoch weg. Fliegt bei 90 Grad, die Arme liegen lassen. So, Rücken- und Brustpresse gleichzeitig zusammen. So, Rücken- und Brustpresse gleichzeitig zusammen. Und 30 Sekunden. Eben und senken. Und geh schon. Zu viel. Geh ab. 90 Grad. Und. Super. Komm weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Juhu. Gleich hier liegen. Linke Seite. Beine hier gerade. Neben und senken. Arbeiten wir auf unsere Seite. Wir brauchen ein bisschen. 6, 4, 5, 6. 6, 4, 5, 6. High to the exit. 6, 4, 5, 6. Es sind. Wir brauchen eine endingsze. X, 2, 3, 6, 7,issionen. Sehr gut. Die Arm aus dem Hohen, Langs, und Halt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. So, High Plank Position. Und die Knie auf der Masse und wieder stecken. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Puh, noch die Sturm. Sehr gut. Nose halten. Wieder auf dem Rückseite liegen. Wir machen weiter mit Bauchübeln. Oberkörpernüben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Juhu. Ich spüre alles auf meinem Bauch. Beine, Kopf. Und sechs. Super, macht weiter. Wollt. Noch 15 Sekunden. Sehr gut. Ich empfinde. Ich empfinde dich. Und wieder. Die Arm auber auf dem Kopf. Es ist wahnsinnig. 5, 4, 3, 2, 1. Seite wechseln, rechtes Bein. 4, 3, 2, 1. Auf den Bauch legen. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mountain Climber. Und los. 5, 4, 3, 2, 1. Rücken rund. So, ich habe nochmal vergessen, wie viel Zeit habe ich. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Wir schaffen noch weiter Bauch. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. Die Hände zurück. Und los. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Und los. 2, 1. 2, 2, 1. Und los. Los. 30 Sekunden. 1, 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. 2, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, lass die Hand weg, auf der Brücke liegen, die letzte Übung, das arbeitet auf den Bauch und Rückenmuskeln, Beine nicht streckt, hochhalten, Arme hier liegen lassen, Bauchmuskeln angespannt, die Beine dürfen nicht nach vorne gehen, immer wieder zurück, noch 15 Sekunden, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 15 15 16 18 18 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 18 18 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 In deine Beingelenke, Beine beugen und strecken, beugen und strecken. Leise ein wenig die Eben nach oben, kommt zurück in die Mitte. So, jetzt ein bisschen hoch. So, jetzt ein wenig die Eben nach oben. 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 Bleibt fit und gesund und bis nächstes Mal. Ciao.